Es ist nicht mehr passiert, sondern meinem Vater. Es geschah im Jahr 2008. Mein Vater war ein Christ. Er wurde mit 39 Jahren getauft und wurde Christ. Unter dem Einfluss meines Vaters ließ ich mich auch taufen. Dann waren da noch meine Stiefmutter und meine Schwester. Mein Vater war ein sehr begabter Maler und malte viele Bilder mit christlichen Themen. Als er 53 Jahre alt war, wurde bei ihm Multiple Sklerose diagnostiziert. Ein Jahr später verlor er die Fähigkeit zu gehen. Auch seine Hände konnte er nicht mehr sehr gut bewegen. Die Multiple Sklerose nahm ihm die Fähigkeit zu malen, wie er es früher getan hatte. Die Krankheit begann, jeden Teil seines Körpers anzugreifen, auch seine Augen. Eines Tages erlitt mein Vater einen Anfall von Multiple Sklerose, der einem Schlaganfall sehr ähnlich war. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Als er im Krankenhaus ankam, war er bewusstlos und lag im Koma. Die Ärzte sagten meiner Stiefmutter und mir, dass die Überlebenschancen meines Vaters gering seien. Er wurde nun an ein Beatmungsgerät angeschlossen, um ihn an Leben zu erhalten. Die Ärzte fragten uns nach unserer Meinung, und wir mussten eine schwierige Entscheidung treffen. Meine Stiefmutter erzählte, dass mein Vater sie vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus gewarnt hatte, dass er sich dafür entscheiden würde, die Maschine abzuschalten, wenn er nur noch mit ihr leben könnte. Denn er wollte nicht zu einem Gemüse werden. Wenn er aufhören würde zu atmen, hätte er auch weniger Schmerzen und käme schneller in den Himmel. Meine Großmutter war jedoch strikt gegen diese Maßnahme. Als Familie waren wir uns nicht sicher, was wir tun sollten. Wir wollten alle seinen eigenen Wunsch respektieren. Die Ärzte sagten uns, dass sie nun die Medikamentendosis reduzieren und ihn vorübergehend wieder zu Bewusstsein bringen könnten. Die Ärzte warnten, dass ein hohes Risiko bestehe, dass seine Lungen die Fähigkeit verlieren würden, selbstständig zu atmen, wenn das Beatmungsgerät abgestellt würde. Das bedeutete, dass mein Vater sofort sterben könnte, wenn das Beatmungsgerät entfernt würde. Zu dieser Zeit konnte mein Vater kaum auf seinen Beinen gehen und hatte Schwierigkeiten beim Essen. Als Familie waren wir uns alle einig, die Medikamentendosis meines Vaters zu reduzieren, um ihn wachzuhalten. Wir wussten, dass er nicht in der Lage sein würde zu sprechen. Wir dachten, er würde sich durch Blinzeln oder einfache Gästen verständigen können. Wir hatten auch eine kleine Tafel und im Bohr ausgeschriebene Worte. Diese Art der Kommunikation war effektiv. Er sagte uns, er wolle leben und nicht vom Beatmungsgerät abgenommen werden. Als ich ihn auf der Intensivstation sah, waren seine Augen voller Angst. Ich halte meinen Vater für einen sehr tapferen Mann. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben so gesehen. Er war schon in vielen lebensbedreulichen Situationen gewesen, ohne auch nur einen Hauch von Angst zu haben. Ich fragte ihn, ob er Angst habe. Seine Antwort war ja. Ich versuchte, seine Ängste zu beschwichtigen. Ich erinnerte ihn daran, dass er ein Christ sei und dass der Himmel auf ihn warte. Mein Vater schüttelte den Kopf. Ich fragte ihn, warum er Angst habe. Er schrieb das Wort Engel auf. Ich fand es seltsam, dass er Angst vor Engeln hatte. Dann sagte er mir, es sei der Engel der Finsternis. Ich sagte ihm, er solle den Namen von Jesus anrufen. Er winkte mit dem Finger, und ich verstand nicht, was er meinte. In der Nacht zuvor, sagte er, sei der Engel der Finsternis zu ihm gekommen und habe darauf bestanden, ihn mitzunehmen. Er betete in seinem Kopf, nimm mich nicht mit in die Hölle. Ich fragte meinen Vater, warum ist der Engel der Finsternis zu dir gekommen? Bist du nicht getauft worden und hast du nicht alle deine Sünden gebeichtet? Er erzählte mir, dass er in seiner Jugend im Vietnamkrieg gekämpft hatte. Damals lernte er einen einheimischen Bauern kennen. Wegen der Sprachbarriere fühlte mein Vater, dass sein Leben damals in Gefahr war. Er hat dann gehandelt, aber er war sich nicht sicher, ob der Mann tot war oder nicht. Als er zum ersten Mal getauft wurde, beichtete er seine vergangenen Sünden, aber nicht alle. Ich wusste von seinen früheren Kämpfen, aber das war etwas, das er niemandem erzählt hatte. Ich erinnerte ihn daran, dass alle Sünden vergiebar sind, wenn man sie bekennt und bereut. Mein Vater beichtete alle seine Sünden und wollte, dass der Seelsorger noch am selben Tag ins Krankenhaus kam. An diesem Abend legte mein Vater in Begleitung des Priesters eine umfassende Beichte beim Vater ab. Am nächsten Morgen, als ich meinen Vater besuchte, spürte ich sofort, dass etwas anders war. Ich hatte das Gefühl, dass der ganze Raum heller war. Mein Vater hatte immer ein Lächeln im Gesicht, obwohl er immer noch an einem Beatmungsgerät hing. Wie mein Vater schreibt, sagt er, ich habe ihn gesehen. Ich fragte, wen? Er sagte mir, er hat Jesus gesehen. All die Jahre hatte er Bilder von Jesus gemalt. Die Hautfarbe von Jesus war dunkler, als mein Vater dachte. Jesus sah sehr nahes glich aus, mit braunem Haar, dunklerer Haut als erwartet, und seine Augen waren blau. Mein Vater sagte auch, dass Jesus nicht denn aussah. Mein Vater hatte Tränen in den Augen. Mein Vater erzählte weiter, dass Jesus ihm sagte, dass er meinen Vater sehr liebt. Die Sünden meines Vaters wurden ihm vergeben. Mein Vater sagte mir, er empfindet jetzt jeden Tag als Segen und möchte bis zum Ende leben, auch wenn er dafür leiden muss. Jesus sagte zu meinem Vater, jetzt ist nicht die Zeit, um bei ihm zu sein. Mein Vater erzählte mir durch die kleine Tafel, Jesus sagte ihm, dass er den Pinsel in drei Jahren wieder in die Hand nehmen würde. Mein Vater war der Meinung, dass dies bedeutete, dass er in drei Jahren geheilt sein würde. Ich dachte, es gäbe eine weitere Möglichkeit, dass mein Vater innerhalb von drei Jahren in den Himmel kommen könnte. Dann schaute mein Vater immer wieder an die Decke des Zimmers. Er sagte mir, er habe einen echten Engel gesehen, einen Engel, der von Gott gesandt wurde, um auf meinen Vater aufzupassen. Ich fragte meinen Vater. Wusste der Engel, dass ich auch in dem Zimmer war? Mein Vater schaute zur Decke und nickte mir dann zu. Ich fragte meinen Vater, ob ich dem Engel einige Fragen stellen dürfe. Mein Vater schaute wieder zur Decke hinauf. Wieder nickte er bejahend. Ich fragte den Engel, ob mein derzeitiger Beruf der richtige für mich sei. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Freiwilliger im sozialen Bereich mit Waisenkindern, die ihre Eltern verloren hatten. Bevor ich diese Arbeit machte, schimpfte mein Vater immer mit mir. Er war der Meinung, dass der Lohn für diese Arbeit zu niedrig sei. Denn ich hatte zuvor einen Studienkredit beantragt, um mein Studium zu bezahlen. Jetzt verdiente ich nur einen Hungerlohn. Mein Hauptfach an der Universität war Jura. Er wollte, dass ich Anwalt werde und mehr Geld verdiene, damit ich meine Kredite so schnell wie möglich abbezahlen kann. Weil das Gehalt so niedrig ist, frage ich mich oft, ob meine Arbeit sinnvoll ist. Nachdem ich diese Frage gestellt hatte, schaute mein Vater wieder zur Decke. Diesmal schien er lange Zeit mit dem Engel zu kommunizieren. Nach etwa 10 Minuten nickte er wieder. Er gab mir einen Daumen hoch. Dann stellte ich eine zweite Frage. Soll ich meine jetzige Freundin heiraten? Sie und ich streiten uns oft. Meine Mutter glaubt nicht, dass sie die Richtige für mich ist und will, dass wir nicht heiraten. Meine Freundin haben wir kennengelernt, als wir zusammen einen Freiwilligendienst gemacht haben. Sie ist eine begabte Person. Sie kann sich besonders gut um kranke und ältere Menschen kümmern. Deshalb mag mein Vater sie sehr. Ich weiß, dass mein Vater sie als Schwiegertochter haben möchte. Ich war mir über den Ausgang der Beziehung nicht sehr sicher, weil wir oft aneinander geraten sind. Mein Vater schaut wieder an die Decke. Eine Anmerkung, sie kommunizieren miteinander, ohne zu sprechen. Ich nehme an, dass es sich um eine Kommunikation mit Absicht handelt. Nach drei Minuten wurde die Miene meines Vaters überrascht. Er schüttelte immer wieder den Kopf über mich. Er schrieb einen Absatz an die kleine Tafel. Er sagte mir, Ich solle sie nicht heiraten, ich solle geduldig sein und warten, es käme jemand Besseres für mich. An diesem Punkt wurde ich ein wenig zögerlich. Ich wünschte, ich hätte damals auf den Rat des Engels gehört, aber ich tat es nicht. Ein Jahr später lebte ich mit meiner Freundin zusammen und verstieß regelmäßig gegen das Gebot der Keuschheit. Schließlich gab ich sogar meinen früheren Job auf. In dieser Zeit sah ich nur noch Geld und Lust. Wenn ich heute darüber nachdenke, war ich damals so dumm. Das Ergebnis war, wie sie wissen sollten, dass die Beziehung in einem Scheitern endete. Sie betrug mich um mein ganzes Geld. Etwa drei Jahre später lernte ich meine jetzige Frau kennen. Sie tröstete mein gebrochenes Herz. Ich glaubte wieder an die Liebe. Ich hatte keine Angst mehr vor der Ehe. Ich ergriff die Initiative und gestand ihr meine Liebe. Nicht lange nach unserer Heirat bekamen wir unser erstes Kind. Ich danke Gott dafür, dass ich die Freude der Vaterschaft erleben dürfte. Wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Wir streiten uns selten und ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Was meinen Vater betrifft, so wollte er nicht die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben und dann beschloss unsere Familie, ihn nach Hause zu holen. Er starb in seinem zweiten Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Nach drei Jahren nahm er tatsächlich den Pinsel wieder in die Hand, genau wie Jesus es ihm gesagt hatte. In der Zeit, in der er wieder zu Hause war, wurde das Gedächtnis meines Vaters immer schlechter. Ich schrieb diese Erfahrung auf und fragte ihn oft danach. Als er starb, starb er ganz friedlich und ging mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause. An dem Tag, an dem er starb, kam die ganze Familie. Während mein Vater noch im Krankenhaus lag, war mein Sohn noch nicht geboren. Später erfuhr ich, dass die Schutzengel der Menschen oft Verwandte sind, die gestorben sind, oder Verwandte, die noch nicht geboren wurden. Ich frage mich manchmal, ob mein Sohn dieser Engel sein wird. Ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn ich selbst in den Himmel komme, die Antwort bekomme. Ich frage mich manchmal, ob mein Sohn dieser Engel sind, oder Verwandte 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 sind. Ich frage mich manchmal, ob mein Sohn dieser Engel sind, oder Verwandte sind.